Erwin Faber war ein österreichischer Schauspieler. Leben Erwin Faber erhielt sein erstes Engagement 1916 an den Münchner Kammerspielen. 1921 wechselte er an das Staatstheater. Dort war er unter anderem als Hamle und Teufel in Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung zu sehen. 1922 lernte er Berthold Brecht kennen und übernahm wichtige Rollen in Uraufführungen von frühen Brechtstücken. 1922 spielte er an den Kammerspielen Kragler in Trommeln in der Nacht, 1923 am Staatstheater George Gagarin im Dickicht der Städte und 1924 an den Kammerspielen die Titelrolle in Leben Eduardsch II von England. 1924 ging er nach Berlin und spielte am dortigen Staatstheater sowie an den Reinhard-Bühnen, wobei er häufig mit Regisseur Jürgen Fehling zusammenarbeitete. Bei den Salzburger Festspielen trat er unter Reinhards Regie 1928 als Teufel in Jedermann auf. Bekannt wurde Faber in den 1920er Jahren durch den Film Mysterien eines Frisier-Salons, der unter der Leitung von Berthold Brecht, Erich Engel und Karl Valentin entstand. In den 1920er und 1930er Jahren war er Darsteller in weiteren Filmen, unter anderem in dem Film M. 1934 erhielt er ein Engagement am Schauspielhaus Düsseldorf. Rollen hier waren Philipp in Don Carlos, die Titelrolle in Per Günd, Weißlingern in Götz von Berlichingen, Marinelli in Emilia Galotti, Malvolio in Was ihr wollt, Rappelkopf in der Alpen König und der Menschenfeind und Kottwitz in Prinz Friedrich von Homburg. Bei den ersten Salzburger Festspielen nach dem Krieg 1945 inszenierte er Der Tor und der Tod und Liebelei. Auch in den folgenden Jahren arbeitete er mehrfach als Regisseur bei den Festspielen. 1952 kehrte er wieder nach München zurück zunächst an die Kammerspiele. Seit 1953 gehörte Faber zum Ensemble des Bayerischen Staatsschauspiels. Unter anderem war er 1970 als Diener Först in Rudolf Nöltes Inszenierung von der Kirschgarten und 1985 als erster Schauspieler in Hamlet zu sehen. In München stand er auch 1988 als Kellner in geschlossene Gesellschaft zum letzten Mal auf der Bühne. Als Filmschauspieler trat Faber wieder in den 1950er Jahren in Erscheinung. Seine letzte bekannte Rolle stammt aus den 1970er Jahren. Als Hörspielsprecher trat er beispielsweise 1959 in dem einzigen Paul-Tempel-Hörspiel des Bayerischen Rundfunks, nämlich in Paul-Tempel und der Konrad-Fall auf oder in verschiedenen Hörspielen um Dickie Dick Dickens und in Gestatten Mein Name ist Cox. Erwin Faber war mit der Schauspielerin Grete Jakobsen verheiratet. Aus dieser Ehe stammt eine Tochter, die Journalistin Monika Faber. Er ruht auf dem Münchner Waldfriedhof neben seiner Gattin. Filmografie 1922 Mysterien eines Frisiersalons 1927 Am Rande der Welt 1929 Das Land ohne Frauen 1931 1957 Der Edelweißkönig 1960 Lampenfieber 1963 Der Liebesdienst 1974 Karl May Hörspiele George Simenon Megre und der Gelbe Hund Bearbeitung Gerd Westphal Regie Heinz-Günter Stamm Bayerischer Rundfunk 1961 Sonderedition Der Audio Verlag 2005 ISBN 389813-3907 Auszeichnungen 1978 Schwabinger Kunstpreis Lesbe Vielen Dank Vielen Dank Dอน Sind Wir Z Sind Wir Wir